so herzlich willkommen zurück jetzt zweite folge hier ja floh ist natürlich auch wieder dabei und äh oh den hat's aber erwischt scheiß zahlen gefexer josef ellen immer nach ranger 33 22 wir sind die mächtigste militär macht in der geschichte der menschheit jeder kampf gehört uns weil das was hier passiert drüben zählt wir werden das nicht aussitzen die beherrschung der techniken moderner kriegsführung macht den unterschied zwischen gedeih und verderben eures volkes wir können euch keinen frieden geben aber wir können euch zeigen wie er bei führt und das meine freunde ist mehr wert als eine ganze armee aus stahl sicher ist es wichtig wer die größte keule hat aber viel wichtiger ist es wer sie schwingt dies ist eine zeit für helden eine zeit für legenden die geschichte wird von siegern geschrieben die armee und die armee und und jetzt irgendwie lang zum Laden. Oh, ich bin am Boden. Ja, ja, okay. Die Weltschaft übernehmen, das heißt, ich bin verantwortlich. Oh, na, irgendwie klar. Erstmal rüber-tuben. Oh, ich bin jetzt hier. Und ich rüber-tuben. Oh, meine ich bin nicht ganz sov'hört. Ich habe, wie gesagt, die Leinliefer. Jetzt haben wir hier die Leinhe cameras. Ah, was ist jetzt hier? Ihr seid hier? Ich habe keine Zeit? Ist das hier? Your Sebel 11. Zwei Fünfzehn Jaeger. 1 5 Meilen. Oh, schick, F-14 Jäger. Okay, jetzt haben wir Jaden, dann haben wir uns. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Oh, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Endlich. Wir sind da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und ich bin da, ich bin da, ich bin da. Auf Leldung,िoli. Hanta 2-1, hier Devyl 1-1. 2 F-15 Jäger. 1-5 Meilen, Bereitschaft bei 3 Sierra. Nordwesten Gebiet, Neif. Ladung 2 J-Dams und 2 Harms. Innenbereitschaft. Angriff wird eingeleitet. Ziel erpasst. So, komm, jetzt die Brücke steht. Was sollen wir denn noch hier? So, hier, Limousine, bitte einmal einsteigen lassen. Danke. Yes, Geschütz. Oh, der ist am Arsch. Ich würde sagen, vorwärts. Oh, ich könnte es vielleicht ein bisschen leiser sein. Nö, ich sehe nur Staub. Overlord, E-Hunter 2-1, überqueren Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Die würde ich jetzt zu gern abfnallen. Ich will die abfnallen. Ich will die abfnallen. Hier sind sogar vier da oben. Hast du Schiss bekommen, ne? Hey! Wo ist der RPG-Tipp? Oh, der in einem Bruder. Oh, der ist das. So, ich könnte die blöde bringen, aber immer wieder abfnallen. Was machen wir dann? Was haben wir denn? Was machen wir denn? Okay, das ist nicht. Was? Das ist ja. Was für Sie denn? Und vorne, oh! Eyo, was da? Ja, geht doch weg. Oh, jetzt ist es bei uns halt. Oh fuck, getroffen. Oh, wie sieht's aus aus? Hilfe, er holt mich hier raus! Ja. Fuck. Okay, da war ich echt schnell da. Ich bin gerade mit einer Pistole ... Ich bin mit meiner Pistole einfach in den Raum reingerannt. Jaaaa, das ist grad grad ein bisschen unüberlegt. Ich idiot bin grad mit einer Pistole ... Äh nein, das brauch ich nicht. Ich bin nur mit meiner Pistole einfach in den Raum reingerannt. Wow, alter Übertreibhalt. Nein, Schwierigkeit verringern. Ich habe die Schule vor mir, over. 2-1, wir sind hier Kampf und Weg. Wir stehen unter schweren Beschuss aus der Schule. Können Sie helfen? Over! Verstand, wir haben ja 2-1. Nein. Oh, okay. Oh, okay. Wow. Oh, okay. 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 Jetzt nagyon vornehm ist das ist wichtig, scheiße. Ja, ich bin hier gerade spannend badass Zero-Z境der zu tun. Meine Helikopter steht bereit. Ja. Meine Herren, das war gute Arbeit. Der Herr Scherbaut. Oh, bin ich jetzt höher oder ist das alles schlecht? So. Ich würde sagen, wir sind geschafft. Das heißt, Folge geschafft. Bis zur nächsten Folge. Adios.